Hallo und herzlich willkommen bei Sportsgeist Heilbronn. Heute geht es um die Spiritualität hinter der neuen Medizin. Es war mir schon lange ein Anliegen, ein Video zu diesem Thema zu machen, denn aus meiner Sicht gibt es zu diesem Thema nichts in Videoform oder in schriftlicher Form, weil natürlich der Herr Dr. Hamer sich auch nicht auf diesen Gedanken, auf die Spiritualität innerhalb dieses Konstruktes konzentriert hat und das mehr oder weniger ausgeblendet hat. Man weiß, dass ein entsprechender Glaube bestanden hat, aber es wurde nichts mit einbezogen und das ist dann oft eben auch eine gewisse Kritik hinter der neuen Medizin, dass es ein atheistisches Weltbild vorher sieht bzw. dass eben nichts darüber liegt, dass es keinen Gott gibt, der eine entsprechende Heilung auf den Menschen hat, der den Menschen immer behütet und der dafür sorgt, dass es den Menschen gut geht. Das gibt es aber auch bei der Schulmedizin nicht, von dem her verstehe ich diese Kritik nicht. Und zu dem ist es dazu so, dass eben dieser Gottglaube schon da war und dass man das auch in verschiedenen Schriften immer wieder liest, dass eben hier auch eine entsprechende Verbindung zu einem Glauben durch Gebete definitiv erwünscht war. Aus meiner Sicht hat das nichts mit einer gewissen Glaubensgemeinschaft oder einer gewissen Religion zu tun. Ich möchte das mal aus einer ganz ganz anderen Perspektive betrachten. Aus der Perspektive tatsächlich der Spiritualität. Und Spiritualität heißt für mich vor allem, dass man selbst das Bewusstsein für sich als Mensch auf diesem Planeten, auf dieser Welt wahrnimmt. Dass man das entwickelt und dass man das immer wieder verbessert und sich immer mehr dem ernährt, was man wirklich ist. Und hierbei gibt es, wenn man die neue Medizin kennt, wenn man diesen Leitgedanken, der dahinter steckt, verstanden hat, eine richtig, richtig große Hilfe, das zu erreichen. Aus meiner Sicht ist das sogar der Schlüssel für das Bewusstsein, was wir Menschen eigentlich schon immer haben sollten und auch entsprechend ausleben sollten. Dieses Bewusstsein steht komplett im Gegensatz zum Ego. Da werde ich später noch mal dazu etwas erklären, weil ich hatte ja schon einige Videos zum Ego gemacht und lese hier fast immer wieder auch die gleichen Kommentare in Bezug darauf, dass das Ego per se nichts Schlechtes ist, sondern man auch mit dem Ego so gesehen sehr gute Erfahrungen machen kann. Ich sehe das immer noch nicht so und ich werde nachher aber auch noch mal begründen, wissen, warum das Bewusstsein aus meiner Sicht im absoluten Gegensatz zum Ego steht. Weil einfach auch, wie ich es in einem anderen Video schon erklärt habe, die Definition des Egos hierbei natürlich sehr, sehr wichtig ist. Kommen wir zurück zum Thema Spiritualität hinter der neuen Medizin. Es gibt Naturgesetze. Naturgesetze, die immer geltend sind. Das heißt, dass diese Gesetze immer greifen. Komme, was wolle. Und wenn wir uns einmal die neue Medizin anschauen, dann ist es dort exakt genauso. Es gibt Gesetzesmäßigkeiten, die im Falle X immer greifen und das Resultat Y erzeuge. Und jetzt muss man sich ja mal fragen, wer steht denn hinter diesen Gesetzen? Bei den entsprechender Gott dahinter steht. Ein Gott, der diese Gesetzesmäßigkeiten auf diese Welt herabgelassen hat und hierbei eine gewisse Regulierung durchführt, dass eben etwas so läuft und nicht anders. Wie sieht es denn dann bei der neuen Medizin aus? Wer war das, der diese Gesetzesmäßigkeit überhaupt erschaffen hat? Wir wissen, wenn wir uns mit der neuen Medizin beschäftigen, dass die Schaltzentrale das Gehirn ist. Das heißt, alles, was eben sich im Körper abspielt, wird durch das Gehirn in erster Instanz gesteuert, sodass das Gehirn letztendlich entscheidet, kommt es zum Beispiel zu einem konfliktaktiven Prozess oder kommt es dazu nicht. Das heißt, die Entstehung von Umbauprozessen, die die Schulmedizin als Krankheit bezeichnet. Das Gehirn entscheidet. Oder? Das ist nämlich genau die Frage. Denn wenn man sich hier wieder mit der Gesetzesmäßigkeit, dass immer alles gleich läuft, auseinandersetzt und versteht, dass das bei jedem Menschen exakt das Gleiche ist, dann könnte man vermuten, dass da dahinter doch ein System liegt. Ein System, welches vielleicht genau dazu da ist. Denn wenn man die neue Medizin annimmt und damit haben, wahrlich sehr viele Menschen Probleme. Ich werde auch gleich erklären, warum damit so viele Menschen Probleme haben, denn das ist etwas, was mit dem Bewusstsein und mit dem Ego sehr, sehr viel zu tun hat. Aber wenn man es annimmt, dann hat man immer zu verstehen, dass man selbst immer in der Verantwortung liegt und man selbst die Fäden in der Hand hat, um für Krankheit in Anführungsstrichen und für Gesundheit zu sorgen. Denn wenn ich verstehe, dass meine Einstellung zu einem Menschen, zu einer Situation, zu einer Sache so ist, wie sie ist und daraus eine entsprechende Veränderung folgt, ein Umbau erfolgt, weil diese Einstellung mich entsprechend beeinflusst und dadurch das Gehirn beeinflusst, habe ich eben genau diese Folge. Das ist wieder die Gesetzesmäßigkeit. Das heißt aber auch, dass wir zu mehr Bewusstsein ganz automatisch kommen, wenn wir die neue Medizin verstehen und für uns selbst anwenden. Und genau hier entsteht dieser Gegensatz. Jemand, der davon nichts wissen möchte. Jemand, der immer wieder sagt, solche Probleme habe ich nicht. Bei mir läuft das anders ab oder ich habe entsprechend Vergiftungen. Ich habe ganz andere Probleme. Bei mir ist das die Ernährung oder da ist es dieses oder jenes, was diesen Umbauprozess schafft und so gesehen diese schulmedizinische Krankheit. Diese Menschen haben allesamt genau das gleiche Grundbild und Weltbild in ihrem Kopf und zwar gesteuert durch das Ego. Das Ego ist immer das, was du überliegend als Gedanken hast, die aber nicht deinen wirklichen Empfindungen und Gedanken entsprechen sind und somit auch nichts mit deinem Bewusstsein zu tun haben. Denn das Ego liegt als schwarze Wolke symbolisiert über deinem Bewusstsein. Das Bewusstsein wird gar nicht freigegeben ohne das Ego, weil das Ego das Bewusstsein gefangen hält. Und all diejenigen, die in sich selbst nicht reinhören möchten, die sich selbst nicht reflektieren möchten, die sind immer noch in ihrem Ego gefangen, weil sie selbst eben immer denken durch das Ego, ich mache nichts falsch. Ich gehe immer den richtigen Weg. Ich bin super toll und mir kann niemand etwas anhaben. In ganz übertriebener Art und Weise gesagt. Das ist das Denken des Egos. Wenn ich aber die neue Medizin anwenden möchte und wenn ich vor allem diese Spiritualität hinter der neuen Medizin sehe, dass das ein gerader Weg Richtung Bewusstseinswerdung ist, dann muss ich das Ego beiseite legen. Sonst wird das niemals funktionieren. Ich kenne niemand, der die neue Medizin verstanden hat und vor allem auch für sich anwendet, der ein riesengroßes Ego hat und sagt, mir geht es super gut. Ich bin derjenige, der für alle anderen Menschen entscheidet. Ich bin ein richtiger Ego, weil hier kommt nämlich die psychologische Interpretation des Ganzen nochmal zum Ausspruch. Denn sehr viele Menschen leben im Ego und sind deshalb egozentrisch und leben den Egoismus, weil sie das Ego, was eben genau diese Entscheidungen mit sich bringt, ausleben lassen, weil sie sich davon übertrumpfen lassen. Wenn jemand im Bewusstsein ist, dann würde er solche Aussagen und solche Handlungen niemals tätigen, weil er weiß, die Konsequenzen finden eben wiederum im Gehirn statt, wirken sich auf die Psyche aus, wirken sich auf die Organe aus, weil genau daraus wieder Konflikte entstehen, biologische Konflikte. Aber jemand, der das eben so verstanden hat, der hat viel mehr, mehr Gewinn. Nicht nur, dass er versteht, warum so etwas wie Krankheit entsteht, sondern er versteht auch, wenn er diesen spirituellen Gedanken dahinter versteht, dass wir Menschen alle gleich sind und jetzt kommt das ganz, ganz Wichtige, dass wir alle Menschen genau diesen Weg, um Bewusstsein zu bekommen, gehen sollten, während das Ego dieses Bewusstsein verhindert. Weil die Schulmedizin, die arbeitet von ihren ganzen Hypothesen und Leitgedanken eben immer nur im Ego. Da gibt es niemals den Menschen mit seiner Seele, der bewusst Entscheidungen trifft, der aber auch bewusst Fehler macht oder unbewusst und daraus eben Situationen entstehen, die dann eben biologische Konflikte hervorrufen. Und was dann noch eben drüber steht, darüber macht sich fast niemand oder gar niemand Gedanken. Denn wenn man das so sieht, wie ich es gerade erklärt habe, dann ist darüber ein System. Ein System, welches genau diese Bewusstwerdung durch diese Gesetzesmäßigkeiten fast schon erzwingen möchte. Und das meine ich tatsächlich im positiven Sinne. Denn Zwang ist für die allermeisten negativ. Für mich, wenn man das eben nicht in einen Kontext packt, dann ist das für mich auch negativ. Aber in diesem Fall ist das positiv, weil es ein Prozess ist, der einfach abläuft, dem sich niemand entziehen kann. Und das ist auch gut so. Es gibt aber eben die Möglichkeit, sich doch temporär immer wieder zu entziehen. Und das ist das Ego. Denn das Ego schafft, dass du dir über dich und über all das, was mit dir auf dieser Welt abläuft, gar keine Gedanken machst. Und da muss man eben verstehen, dass dieses System von dem, der oder diejenige erzeugt wurde, die eben über dieser Welt steht. Ob das jetzt ein Gott ist, ob das jetzt ein Wesen ist oder ob das immaterielle Dinge sind, die eben letztendlich Materie erzeugt haben und diese Welt erzeugt haben, den Menschen per se konstruiert haben. Denn der Mensch ist ein Konstrukt. Natürlich mit all seinen Elementen. Aber der Mensch ist ein konstruiertes Wesen. Das sieht man alleine schon, wenn man sich mal ganz ausführlich mit der heiligen Geometrie auseinandersetzt. Auch die heilige Geometrie, das ist ein Bauplan für diese Welt, für diesen Menschen. Den Bauplan muss ja jemand geschrieben haben. Und aus meiner Sicht ist das eben kein Jemand, sondern das ist das, was ich immer wieder als Matrix bezeichne. Es gibt jemanden oder etwas, der diese Matrix, dieses System erzeugt hat. Und innerhalb dieser Matrix finden wir unendlich viele Hinweise darüber, dass es eine Matrix ist. Unter anderem diese Naturgesetze, diese Gesetzesmäßigkeiten, die sich auch wiederum im Menschen zeigen. Und das wird man immer verstehen, wenn man die neue Medizin versteht. Und dadurch wird ganz automatisch ein Bewusstseinswandel eingeleitet. Und jetzt stell dir mal vor, dass jeder Mensch diese Gesetzesmäßigkeiten verstehen würde. Jeder Mensch auf einmal versteht, dass wenn ich meine Reviergrenzen nicht markiere und es mir aber auch besonders wichtig ist, dass ich diese markiere, dass daraus ein Problem entsteht, dass daraus ein Konflikt entsteht. Oder wenn ich jetzt beispielsweise einen Brocken gerne hätte. Und aus meinem Ego heraus, dieser Brocken, genau dieser, ich nur haben möchte, dass daraus auch ein biologischer Konflikt entsteht. Das heißt, wenn wir uns bewusst werden, dass jeder Mensch, der krank wird oder sich generell verändert, dass ein Produkt des Egos ist, dass das Ego es möchte, weil du selbst möchtest das nicht. Du denkst das, weil das eben eine extreme Beeinflussung und Manipulation ist, der du dich gar nicht entziehen kannst, weil du dir darüber gar nicht bewusst bist. Dann würden wir alle diesen Weg in das Bewusstsein finden. Wir würden alle zurückgehen. Wir würden alle verstehen, dass man den Menschen, egal welchen Menschen, nicht schlecht behandelt, weil wir daraus wieder Konsequenzen hätten. Und diese Konsequenzen spüren wir alle und sehen wir alle in den Auswirkungen im Sinne der Krankheiten. Es möchte aber niemand wahrhaben, weil das Ego ja das Bewusstsein unterdrückt und das Denken im Prinzip vereinnahmt. Es würde genau diesen Schlüssel geben, wenn das bewusst wäre, zu einem Leben, in dem jeder Mensch glücklich ist, in dem jeder Mensch zufrieden ist. Und genau das ist das Ziel aus meiner Sicht. Deshalb gibt es das, weil der Herr Dr. Hammer war ja nicht der Erfinder, so wie es überall steht und so wie es immer wieder kommuniziert wird. Er war nicht der Erfinder dieser neuen Medizin, sondern er hat etwas aufgeschnappt, realisiert, was eben schon lange, lange Zeit davor bestehend war. Und davor gab es sicherlich auch wiederum jemand, der das eben aufgenommen hat, der das nochmal vielleicht verfeinert hat und entsprechend mehr Logik und Verstand reingepackt hat. Aber das alles stammt als Hinweis, aus meiner Sicht, als Wegweiser in diesem System für den Menschen als konstruiertes Wesen, damit wir genau diesen Bewusstseinsweg gehen. Und das ist der Schlüssel für alles. Es ist der Schlüssel, um zu verstehen, dass das System genau damit anfängt und damit endet und wir genau diesen Ausweg finden können, indem jeder diesen Bewusstseinsweg einschlägt. Das ist auch keine Sekte oder das ist eine Glaubensgemeinschaft oder eine Religion. Nein, das ist der Urkern, aus dem wir Menschen erzeugt wurden, nach Gesetzesmäßigkeiten, wie wir Menschen funktionieren. Und das ist definitiv nicht aus einem Zufall heraus entstanden. Diese Wahrscheinlichkeit gibt es gar nicht, die man hier zu berechnen könnte oder müsste, um sich das auszurechnen. Das ist das System dahinter. Das ist der Hinweis der Matrix, die eingebaut wurde, damit wir alle diesen Bewusstseinsprozess durchleben, wenn wir uns darüber bewusst werden, indem wir das Ego beiseite schieben. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, in erster Linie, ob du das so halbwegs verstehen konntest. Ich weiß, dass ich gerade in solchen Videos immer sehr komplexe Dinge erkläre, wofür man auch entsprechendes Hintergrundwissen braucht zu den einzelnen Themenbereichen. Aber ich denke, ich werde das Ganze nicht anders, sage ich mal, formulieren können, damit du es noch besser vielleicht verstehst. Deswegen wäre es sehr schön, wenn du mir dazu einmal in die Kommentarsektion schreibst, ob du das verstanden hast, ob du vor allem damit etwas anfangen kannst. Und wie natürlich auch deine Sichtweise zu dieser ganzen Thematik ist. Ist das etwas Neues für dich? Oder hast du diesen Prozess schon lange durchlebt und weißt genau, von was ich spreche? In die Kommentarsektion damit unter dem Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du Freunde und Bekannte hast, die eventuell von all dem noch gar keine Ahnung haben, dann teile diesen doch bitte trotzdem mal dieses Video hier von mir. Vielleicht fühlen sie sich so angeregt, dass sie sich genau mit diesen Themen auch mal beschäftigen. Solltest du noch kein Abonnent meines Kanals sein, dann hol das doch bitte jetzt einmal nach, um täglich neue Videos zum Thema Gesundheit von mir zu erhalten. Und ganz wichtig, wenn du schon abonniert hast, dann aktiviere doch bitte die Glocke, um auch sicherzustellen, dass du jedes neue hochgeladene Video von mir auch angezeigt bekommst. Bis zum nächsten Mal. Euer Ingmar Bieder.